So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Irgendwas-Video zu, wie man hier vielleicht schon sehen kann, die, die es kennen, Battlefield 3. Wird auch kein langer Spaß. Wird eigentlich nur ein bisschen rumgeballere und mal das Spiel anschauen. Ich habe so gut wie keine Ahnung von dem Spiel, ich habe es bis jetzt 15 Minuten gezockt, habe es geschafft einmal vom Admin getötet zu werden, weil ich zu nutzlos war. Ja. Und das lädt ewig. Und dann trinke ich derzeit noch einen Schluck Kaffee. Gut, der Schluck Kaffee hat auch nicht gereicht. Schauen wir mal. Wenn jetzt hier zu lange das Ganze dauert, dann schneide ich es am Ende weg. Verdammter Ladevorgang. Ah, das sieht doch schon gut aus. Rums. Ich glaube, ich bin ein Verteidiger, Sturmsoldat, Pionier für... Pfff, ich habe doch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ich nehme Aufklärung, weil der so nach Zielen aussieht und ich ziele gerne. Was zum. So, ich muss hier einmal... Ja, die, die... Was haben wir, was haben wir nicht für Waffen? Nach einmal eine normale Knau und einmal, ich glaube, es ist ein... Irgendwas, genau. Oh Gott, das kriege ich noch nie im Leben hin. Ähm, ich schlug einfach mal dem Typen an, da. Pola, Pola irgendwas. Jetzt weiß ich nicht mehr, wenn ich den Namen, der muss gut sein. Ups. Ähm. Ich schlug das hier hinten irgendwo rein. Ich weiß noch nicht, ob das hier eine gute Waffenwahl war. Ich befürchte es ja fast eher nicht. Warum spüren die denn alle so? Sind die alle... Ähm. Au. Sieht... Also, so... Aha, auf X legt man sich also hin. Au. Ähm. Das habe ich sehr gut gemacht. Das war eine Granate. Ähm, ja. Ich werde immer an die Warte, bis ich wieder einsteige. Ah, ein Premium-Spiel hat nicht weggehauen. Ich glaube, ich nehme hier erstmal den Sturmsoldaten, weil, ähm, da muss man vielleicht nicht so viel ziehen. Hi Kumpel, du wirst auch Kumpel, oder? Achtung! Scharfe Ladung wurde entschärft. Sie ist jetzt neutral. Auf uns. Das ist ja aber auch unübersichtlich hier unten. Egal, wenigstens wurde ich bis jetzt noch nicht vom Admin geslayt. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das ist prima. Alles gut gemacht, oder? Oh Gott, das wird ja peinlich hier, das Ganze. Hm. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich sogar auswuchen, wo ich hin will. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Weil ich scheiße bin. Aha, so geht man also. Ganz normal. Oh, ich bin nicht. Oh, ich bin nicht. Oh, ich bin nicht. Oh, ich bin nicht. Alter. Ambrust? Ähm. Ich lebe. Ich liege zumindest. Ja, ich wurde wieder belegt. Sehr schön. Habt ihr gut gemacht, Kameraden. Oh, denn sonst gibt es jetzt eigentlich nichts. Oh, sonst gibt es jetzt eigentlich nichts. Ich erkenne das nicht, ob das Gegner sind oder nicht. Ähm... Ich schließe jetzt auf alles, ich weiß nicht ob... Ob Friendly Fire hier an ist oder was? Was zum... Ähm... Armbrust... Hat der echt ne Armbrust? Ist ja wirklich erregend. Scheiß Premium-Spieler. Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht was Premium hier heißt. Ich trete einfach mal wieder... Bin wieder am Arsch der Welt oder? Und völlig unfähig. Am Arsch der Welt und völlig... Ich sollte vielleicht mal irgendwie die Map im Auge behalten. Unten links. Schauen wir mal, dass irgendjemand gespawnt. Oder wiederbehebt worden, ich weiß nicht genau. Oder aufgestanden. Ich hab keine Ahnung wie man irgendwie ihn wiederbelebt, sonst hätte ich's gemacht. Ich hab einfach mal reingehalten. Ähm... Wurde wiederbelebt. Okay, das ist ein Freund. Okay, das ist ein Freund. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es cleverer ist. Ist über die... Ob es sicherer ist, hier zu zielen oder ob... Äb... Äh... 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 Ähm... Ich finde, ich mach das gut. Nicht. Ähm... Er scheint wohl so zu sein, dass man irgendwie später noch neue Waffen bekommt. Ich glaube, ich werde dieses Video mit dem Namen Let's Fail beginnen. Let's Fail Battlefield... Äh... 3. Das will zumindest passen. Squad Spawn bei dir. Ah, du scheiße, die armen Typen. Ich renne einfach mal so durch. Keine Ahnung. No, was hängt. Alter, Typ. Keine Ahnung, was für Vorsicht geht, darum kann ich einfach mal nach vorne. Los! Laufkumpel mit Blinken! Laufkumpel mit Blinken! Wie war die? Es geht. Das ist möglich. Ich weiß auch nicht. Laufkumpel, blieb. Gott, ist das bitter. Was haben wir hier noch so? Versorgung, Pionier... Was haben die für Waffen? Das passiert halt, wenn man sich Spiele unterlädt, von denen man keine Ahnung hat. Und dann versucht, sie zu spielen. Falls das irgendwie wichtig ist, der Spiele auf den Full HD. Und auf... Ich brauche eine neue Waffe, behaupte ich einfach nicht. Ich behaupte einfach, es liegt da dran. Die komischen Armbrüste sind aber irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Naja, gut. Ich nehme mal Versorgung. Ah, hier kann man noch irgendwie umschalten. Was ist das? Keine Ahnung. Das? Nimm mal das. Was ist das? Das ist eine Schrotflinte. Das gefällt mir gut. Eine Schrotflinte, da müsste man nur auf den Gegner zulaufen und dann schießen. Äh, theoretisch. Vielleicht noch ein Ziel. Ah, muss man doch nicht mal. Überhaupt nicht. Ich muss einfach nur nah an die Gegner rankommen. Was problematisch werden. Siehst du, Postman, so fremd. Ich habe schon gigantische drei Kills. Ähm, ja gut. Dann probieren wir auch nochmal die dritte Waffe aus. Beziehungsweise ich probiere die aus. Da gibt es nur die eine Waffe. Ach, du Scheiße. Ja, ich meine, kann man damit irgendwie vernünftig zielen. Habe ich. Habe ich hier irgendwas auch. Ich glaube, wir haben einen hier drum. Ha! Wahrscheinlich stehe ich hier einen weg. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Unerwartet. Aber ich glaube, ich bin immer ganz nach vorne. Ich bin immer zerstört. Ich habe es nicht mehr ab. Alter, wenn jetzt einer von hinten kommt, sind alle tot. Ich gucke einfach mal, ich tue damit einfach mal so. Als ob ich nur die geringste Ahnung hätte. Ich habe. Das macht doch echt so keinen Spaß irgendwie. Jetzt sehe ich keine Gegner mehr. Mein Team hat gewonnen. Ich bin der Meinung, das war zu 90% mein Verdienst. Da bin ich. Ja. Rush Ribbon und die Rush Winner Ribbon. Okay. Ähm. Ja. Wenn man hier sieht, was ist hier so 88 irgendwas. 100. Irgendwas. Und ich. Yay! Ah, Basinga. Da ist noch jemand, der genauso scheiße ist wie ich. Also, oder zumindest genauso spät angefangen hat wie ich. Ähm. Ja. Was soll ich da zu groß sagen? Ähm. Ähm. Ja. Wieder ein Ladebildschirm. Mal gucken, wie lang der denn diesmal... Ah, diesmal geht es schneller. Anscheinend braucht der nur beim ersten Mal so 5 Milliarden Stunden. Objekt. Okay. Okay. Beiträge. Komm. Was... Greift die Basis ein? Alles klar. Das kriege ich hin. Vielleicht. Bin ich als Einzige. Ich fühle mich sehr alleine. Mann, ey. Sind noch mehr. Ähm. Entschuldigung. Ich bin. Ladung ist scharf, over. Ladung ist angebracht und scharf, over. Hallo, ich will sprinten. Achso, so geht das. Achtung, der Feind hat die Ladung entschärft, over. Ich glaube, hier habe ich mal keine Ahnung, was ich eigentlich tue. Oh, offensichtlich nicht das Richtige. Ähm, gut. Warum sind hier so viele Premium-Spieler und was heißt Premium-Spieler überhaupt? Keine Ahnung, ich mache hier einfach meine Einer auf Aufklärer. So. Was gibt es nur zu tun? Ich gehe davon aus, dass Premium-Spieler eigentlich nicht viel mehr heißt. Als das, was mir gerade angeboten wurde von wegen, hey, du kannst ja deine eigenen irgendwas haben. Ich habe drei Kills schon geschafft innen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme läuft. 15 Minuten. Ja, ich versuche das nochmal. Achtung, die Ladung wurde gesetzt, over. Aha, da ist ein Freund. Achtung, wir haben das Einsatzziel ausgeschaltet. A, Einsatzziel A wurde ausgeschaltet. Oder B. Wunder BLAS eine Granate! A verme spill, die Wichser komm näher! Unidden, diese Wichser komm näher! Josen Haupung, dieser Wichser kommen näher! Ich sprinte. Oh Gott, ich muss auf die Karte gucken. Allgemein. Ja komm, machen wir wieder das hier. Wie bitter muss es sein, um mich im Team zu haben? Bitter oder sehr bitter? Oh, bist du so gut wie? Oh. Oh. Ich springe einmal hier irgendwo hin. Halt ab, halt ab. Halt ab. Halt ab. Halt ab. Ähm, ja. In der Zeit nicht mal. Ach, das ist doch bitter, ist das doch. Und schlecht. Ähm. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tun soll. Ich nehm hier wieder Ding. Ich schalte den Bastard aus. Okay, Jungs. Bewegung. Ja. Wie. Wie. Ja. Vielen Dank.